Hallöchen liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen heute zu einer XXL Folge für den R2D2 aus dem Hause Fanhome und zwar mit den Ausgaben 83 bis 90, also ganze 8 Hefte heute im Video, kurz und knapp und bündig, ja einmal abgefertigt Wichtige Stellen weiß ich euch drauf hin und ja, dann lasst uns einfach mal loslegen Lasst gerne noch ein kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne auch einen Daumen nach oben und einen Kommentar hier da lassen So ihr Lieben, und damit fangen wir an hier zu der großen XXL Folge mit den 8 Ausgaben Wir beginnen mit der 83 und werden als erstes hier den Metallring vervollständigen Dafür, dann hängen wir einfach hier gewohntermaßen den Ring einmal rein und schauen, dass wir gleich die Verbinder mit unten einsetzen So, einmal und zweimal So, da kommt man die, das muss ich selber mal gucken, ist schon eine Weile her, als ich es das letzte Mal gebaut habe Müssten glaube ich die kurzen gewesen sein Die kurzen Silbernen So, dann Ich habe jetzt einen Schnells-Berfschuss mit einem Schnells-Berfschuss und einen Schnells-Berfschuss. So, den Ring haben wir vollzählig, dann sollen wir als nächstes die zwei Platinen hier mit Steckern versehen. Dafür haben wir hier zwei Kabel beiliegen. So, theoretisch ist es jetzt erstmal grundlegend egal welches Kabel an welches Steckerlein reinkommt, weil die Stecker sind eigentlich identisch. Wir müssen nur nachher beim Einbau aufpassen, weil es hier eine linke und eine rechte Platine gibt. So, also erstmal den Einstecker und Nummer zwei So, jetzt brauchen wir für jede Seite eines von diesen Bauteilen hier und schwarze Plastikschrauben, die 2,3 x 6 mm. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie rum das hier drauf kommt. Okay, das soll jetzt hier, also so hier dahinter verschraubt werden. So. 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 dass das dann entsprechend so hier aussieht. Also von vorne hier werden die Schrauben eingedreht. So. So. Jetzt machen wir mal bei dem noch eben. So. 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 So, dann sollen wir uns den Ring wieder nehmen, und dann haben wir hier unten zwei Aussparungen. Hier, und da sollen jetzt entsprechend die Nasen hier einmal eingesetzt werden, quasi so, ne, und dann wird das Ganze quasi am Ring hier an den zwei Schrauben, oder an den Schraubblechern da befestigt. So, wir müssen mal schauen, welches wohin kommt, genau, das linke kommt hier, wo ich es gerade hatte, mit 2,3 x 6 mm. 2,5 mm. Okay. So, und dann rechten den Bormelan entsprechend hier auf der anderen Seite an. So, na, und das mache ich noch eben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Lieben, ich habe jetzt in der Zwischenzeit schon die Ausgabe 84 einmal weggemacht und zwar geht es darum um den Einbohren der zwei oberen Arme, also 1 und 2, also rechts und links und gestaltet sich eigentlich relativ simpel, müsst eigentlich bloß mit diesen Pins quasi die Arme immer verlängern, entsprechend der Anleitung das Ganze dann mit dem Getriebe einmal hier einsetzen, festschrauben und danach machen wir noch einen Funktionstest. Dafür habe ich das hier schon mal alles vorbereitet. Einmal Batteriefach zur Platine Nummer 52, nee, alt, zur 53, von der 53 mit zwei Kabeln auf die Platine Nummer 52 und dann einmal das Kabel von dem Antriebsmotor der zwei Arme stecken wir hier oben in die M-Markierung ein und dann können wir hier mit den zwei Knöpfen quasi die Arme ein- und ausbauen lassen, ich zeige euch das gerade mal, ich habe es schon probiert. Das geht also wunderbar und in dem Sinne können wir schon zur Ausgabe 85 springen. So, ich habe jetzt hier das Panel vorbereitet, ist jetzt nichts Weltbewegendes, weil das haben wir jetzt zur Genüge schon gehabt, einfach hier das Gelenkstück eindrücken, die zwei blauen mit den silbernen Schablonen hier außen verbinden und von innen verschrauben und jetzt kommen wir zum Gerüst, was ich hier schon mal vorbereitet habe, denn wir bauen jetzt hier mal Teile ein, die wir hier schon eine ganze Weile haben, nämlich diese zwei Armgelenke, die gab es glaube ich mal genau in den Ausgaben 60 und 61, so und die müssen wir jetzt hier rechts und links einsetzen. Okay, ich sehe gerade, dass man hier den Ring nach oben festschraubt. So, den werde ich jetzt hier erst noch aufstecken und danach dann gleich festmachen, weil irgendwie habe ich den Schritt glaube ich irgendwie verpasst, ich kann mal reinschauen. Ah ja, tatsächlich. Vor lauter Testplatine habe ich den Schritt total übersehen, aber macht ja nichts. Also, eine Schraube 2,5 x 8 mm und vier Schrauben 2,5 x 4 mm. Das macht ja nichts, das kann man hier immer noch festschrauben. Also, eine Schrauben. Jetzt sind wir dite 움직 Süeff. Und wir nochein noch mal expedition total öde deaf- calf, wenn wir jetzt hier Das Kalager ist割ig, alsoныеphone auf dem Schrauben. Also ta съouter die Schrauben und die Schulen auf dem Schrauben ko stroke vor alle fہ� kle projeto ab! Dzieht man weiter, fuh dann mit kl Bennet, als Max moldig zu verme demonen. Ok? Ja, also ich könnte diesen Schlupst nennt, los drei sake, schrauben an Ind pilots, So, und die mit 8mm kommt hier vorne in den Bolzen rein, also in die lange Stange hier. So, also, dann können wir jetzt damit fortfahren. So, also wir brauchen 2,5 x 8, davon 8 Stück. Jetzt können wir schauen, ob ich so viele überhaupt habe. 3, 5, 6, 7, 8, ok. Und 2,5 mm Unterlegscheiben. So, jetzt erstmal eine. Und dann gucken wir mal, Schultergelenk LFR18 richten wir am Rahmen BF10 aus, gekennzeichnet mit L. Ah, das ist der hier, LFR18, den sollen wir mit dem Teil BF10, das steht dann hier außen auf dem Ring drauf, einmal anbringen. So, mal schauen, wie rum das dort drauf kommt. Ah, ok, also die 4 dünnen Pins kommen in die dünnen Löcher rein. Dann muss man das hier von innen anschrauben. So, das mache ich jetzt mal eben hier fertig, ebenfalls auf der anderen Seite und dann bin ich gleich wieder da. So, 86 wird hier einmal das Werkzeug hier für den Kasten einmal gefertigt. Eingeklappt der Kasten mit der Tür hier versehen und in dieses Seitenpanel eingebaut, was wir zuletzt bekommen haben. Und dann geht es hier direkt weiter. Wir werden jetzt hier diese zwei Seitenteile, also das von eben und das, was wir schon haben, jetzt hier an der Wand befestigen, wo wir die Arme, sprich befestigt haben. So, und dafür müssen wir natürlich erstmal an beiden die schwarzen Winkelstücken angebracht haben und mit denen können wir dann quasi die Wände hier miteinander verbinden, was ich jetzt gerade schon hier angefangen habe. Und jetzt mit euch hier quasi die Schraube Nummer 3 von 6 Eindreher. So, dasselbe wiederhole ich jetzt nochmal hier auf der Seite. Die Kabel habe ich jetzt dran gelassen, weil ich die Stand jetzt aktuell den Einstecker hier nicht rausbekomme, ohne die Buchse hier aus der Platine abzuziehen. Deswegen habe ich das Ganze mal dran gelassen. Aber stellt ihr jetzt auch nicht, weil ich weiß jetzt nicht auswendig, ob wir die zwei Platinen da brauchen. Also die kleine glaube ich weniger die Tast-Platine, aber bei der großen weiß ich jetzt nicht. Deswegen lasse ich das einfach mal dran. So. Hier auf der Seite müssen wir jetzt vier Stück einschrauben. So, das mache ich eben noch fertig und dann sind wir glaube ich fast fertig. Genau. So, in Ausgabe 87 werden wir jetzt mit dem Tragrahmen für die Kuppel anfangen. Und dafür haben wir hier einmal ein Kreuz, wo wir jetzt gerade mal schauen müssen, wie rum jetzt hier welche von den drei Platten dran kommt. Okay, so, die ist wieder oben drauf. So, und dann sollen wir mal die Platten hier einbringen. Ja, die haben das Bauteil jetzt so. Ne, wie denn jetzt? So, genau. Also, auf der Seite fangen wir an. Und zwar, wenn wir uns hier diese zwei Schraublöcher als horizontale, ähm, als vertikale, sei schon horizontale, ähm, so einmal in diese Linie hinlegen. Dann fangen wir quasi unten rechts an. Und machen da 2,5 x 4 mm Schrauben rein. Mal schauen, was ich die richtigen erwische. 2,5 x 4 mm Schrauben rein. Ja, das sind die Kotzen da. Und verschrauben das hier rückseitig. 2,5 x 4 mm Schrauben rein. So, die anderen drei mache ich gleich. Ähm, wir fahren fort mit dem zweiten Teil DF 70. Auch hier wieder rückseitig verschrauben. So, und zu guter Letzt haben wir noch den einen Träger hier, der hier oben diese Nase drauf hat. Ähm, den Schrauben wir dann entsprechend noch hier drauf. So, im Anschluss, wenn wir dann nachher die Schrauben alle drin haben, kommt jetzt noch das Kugellager. Einmal hier mittig rein. Und wird hier mit der Abdeckung, ähm, verschraubt. Und zwar mit 2 Schrauben 2 x 4 mm. So, ich habe in der Zwischenzeit die Ausgabe 88 gemacht. Da wird eigentlich nur hier die Bodenplatte, also die, ne, wo quasi später der Stromstecker, beziehungsweise die, das Schubfach, wo das Batteriefach eingeschoben wird, ähm, festgebaut wird. Beziehungsweise hier einmal der Ein- und Ausschalter mit Hauptstromkabel. Wird hier einfach nur befestigt und ja, das ist eigentlich der Anleitung nach relativ simpel in wenigen Schritten abgefertigt. Und wir fangen jetzt an mit Ausgabe 89 und zwar das mittlere Bein anzufertigen. Und da schauen wir mal kurz durch, denn wir werden sicherlich, ähm, Sekundenkleber benötigen. Ach ne, das war die Geschichte mit dem Schrauben ohne Kleber. Gut. Das sind nicht groß ohne Kleber. Ähm. Wir brauchen 2,3 x 6 mm Schrauben. Eins, zwei Stück. So, dann brauchen wir einmal die große Hülse, einen Ring und einen Deckel. Ring stecken wir hier außen drauf, Deckel hinterher, bis er einrastet. Und dann schrauben wir von der Innenseite eine Plastikschraube ein. So, wiederholen das Ganze einmal. So, im Anschluss, ähm, stecken wir jetzt hier noch die 2 Hülsen entsprechend ihrer Passform hier auf das Ende hier drauf. So, und so. Stecken wir diese Komponente wiederum jetzt hier drauf. Und verschrauben das Ganze jetzt hier hin. Ähm. Mit 2,3 x 6 mm. Denk mir. so lieben und das war es dann auch schon wieder für die heutige video folge ich hoffe ihr hattet viel spaß beim zusehen und ja damit geht es jetzt hier mit den letzten 91 92 93 94 95 96 97 98 98 99 100 mit den letzten zehn heften ja mit den letzten zehn heften hier auf die zielgerade und durch dass wir jetzt am mittleren bein angekommen sind wird in den nächsten ausgaben sicherlich die ganze verkabelung beziehungsweise die radaufnahme für das mittlere bein kommen und dann wird es ziemlich schnell zur zusammenfügung des körpers beziehungsweise alle elektronischen komponenten kommen bis dahin wünsche ich euch viel spaß beim nachbauen und sagt tschüss und bis zum nächsten mal